12 Millionen Tests. 0,00003% positiv. Kein erkranktes Rind, kein erkrankter Mensch. Der Blitz schlägt weitaus häufiger zu. Ist BSE tatsächlich ein Phantomrisiko? Wir sind in Mainz, Labor für Mikrobiologie. Hier werden alle möglichen Infektionskrankheiten untersucht. Lungenentzündung nach Grippeinfektion zum Beispiel rafft jedes Jahr Tausende dahin, erzählt uns Professor Sucharit Pagdi. BSE dagegen hat in Deutschland noch keinen einzigen Menschen das Leben gekostet, obwohl ein winziges Risiko bleibt. Aber die ganze BSE-Hysterie gründet auf völlig unbewiesenen Hypothesen. Die Erforschung dieser Krankheit ist halt schwierig, das muss man sagen. Die Tatsache ist aber, dass in der Tat ein wissenschaftlicher Beweis für viele Thesen nicht erbracht worden ist und wahrscheinlich auch nie erbracht wird. Insbesondere, und das möchte ich gerne betonen, der Nachweis, dass BSE-positiv testende Rinder, die aber klinisch gesund sind, überhaupt imstande sind, die Krankheit weiterzugeben, ist nie erbracht worden. Das heißt, die Testung von gesunden Rindern ist im Prinzip sinnlos. Warum wird sie trotzdem gemacht? Ja, das würde ich gerne auch die Zuständigen fragen. Es gibt eigentlich keine wirklich stichhaltigen Gründe dafür. Tests sind kein schlechtes Geschäft. Und viele Institute beteiligt. Niemand hat Interesse, bei BSE Entwarnung zu geben. Die Forscher verweisen auf das Restrisiko. Von der Furcht vor dem Risiko muss schließlich auch die Wissenschaft leben. Die Tatsache ist, dass die Wissenschaftler heute abhängig geworden sind. Sie sind wirklich fast gezwungen, das zu machen, was in Gänsefüßen innen ist. Was die Politik, die Bevölkerung erwartet. Und wenn er das nicht macht, dann hat er wenig Geld und wenige Möglichkeiten. Deswegen also, wenn ich mich dazu entschließen würde, Prionenforschung zu machen und ein bisschen erfolgreich wäre, dann würde ich unendlich viel mehr Geld bekommen als das, was ich jetzt bekomme für die Forschung, die ich sonst betreibe. Risiken wie BSE oder Vogelgrippe haben Konjunktur. Und die Forschung daran sichert Arbeitsplätze und Karrieren. Also müssen Wissenschaftler um Aufmerksamkeit buhlen. Die Medien trommeln, die Hysterie beginnt. Und die Politiker geraten unter Druck. Die Politik ist selbstverständlich getrieben. Aber die Politik ist nicht Gänsefüßen schuld dran, sondern wir sind gemeinsam verantwortlich für das, was wir in diesem Land angerichtet haben. Wenn die Wissenschaft und die Gesellschaft und die Politik eine Meinung ist, dass man das alles machen muss, dann wird es gemacht. Und das ist das, was passiert. Es muss also wirklich jetzt die ganze Sache hinterfragt werden, nach all diesen Jahren, ob das, was wir, ich sag wir für sie hauptsächlich, weil ich war immer dagegen, ob das richtig gewesen ist. Und wenn das nicht richtig gewesen ist, dann müssen wir den Mut haben, das jetzt hier und hier zu korrigieren. Und da, sage ich, versagen die Deutschen. Die haben nicht den Mut zu sagen, es war ein Fehler und den Fehler wollen wir jetzt korrigieren. Nichts ist bewiesen. Keine Erkrankung, kein Opfer. Das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, ist tausendfach höher als das an Kreuzfeld Jakob zu erkranken. Aber immer noch verschleudern wir Milliarden für die BSE-Bekämpfung. Wissen Sie, es gibt so viele Risiken im Leben und mit denen müssen wir alle fertig werden. Und das Problem der Bürger, der Bevölkerung ist, dass alle diese Risiken gleichgestellt werden. Und man hat eine Gesellschaft, die ein Nullrisiko will. Das gibt es aber im Leben nicht. Wenn Sie nun etwas, was außerordentlich unwahrscheinlich ist, selten ist, ausschalten wollen, dann müssen Sie umso mehr Mittel aufwenden. Und das ist das, was bei BSE passiert. Die Deutschen zahlen sich wirklich bankrott und dabei vernachlässigen sie die echten Gefahren und Risiken, weil dafür haben sie auch kein Geld mehr. Freiburg, Universitätsklinik. In deutschen Krankenhäusern lauert dagegen ein echtes Risiko. Professor Franz Daschner, Deutschlands Hygienepapst, ist unterwegs auf die Intensivstation. Das Risiko für einen Patienten, sich im Krankenhaus eine tödliche Infektion zu holen, ist hoch. Tausendmal so hoch wie das Risikoblitzschlag. Und das Infektionsrisiko wird völlig unterschätzt. Schädel hier hinten, aber wie ist das passiert? Vor sechs Tagen. Vor sechs Tagen. Und was ist alles operativ gemacht worden bei Ihnen? Bei Ihnen ist eigentlich nur quasi ein Teil der Schäden. Professor Daschner kämpft seit vielen Jahren dafür, die Infektionsgefahr ernst zu nehmen. Krankenhausinfektionen sind ein Lebensrisiko für die Patienten. Man weiß nicht, wie viele Menschen daran sterben, aber es sind sicher einige Tausend in der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr, die durch optimale Hygienemaßnahmen vermieden werden könnten. Das war's für die Die